beat your screen time, erster tag, wie man sieht, bestes wetter, man könnte denken es ist morgen weihnacht. so die erste woche beat your screen time challenge ist um, zeit für ein kurzes resume meiner woche. angefangen am montag mit super schlechtem wetter, es hat geschneit, es war super kalt, es war super stürmisch und zur alten bauflos habe ich mich noch gut abgelegt, aber nur eine kleine prallung am handballen. ansonsten ist alles gut gegangen, sprich es kann weitergehen. highlight der woche war auf jeden fall mein purzeltag, also mein geburtstag, ein paar freunde waren da, wir waren radfahren, das wetter war gut, es war auf jeden fall echt ein schöner tag mit vielen tollen geschenken und ich bin das erste mal wieder seit langem mit freunden rad gefahren, einzeln voneinander natürlich, aber auch das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, sprich das war natürlich auch so ein kleines highlight für die woche. die woche habe ich geschafft, mein screen time ist auf jeden fall deutlich runter gegangen, keine handy games mehr, es fehlten ein bisschen, aber ich komme schon klar. ja bis dahin. ich hatte keinen guten start in die challenge. es hat mich am freitag vor dem start richtig vermöbelt. irgendwie hatte ich auf einem meiner lieblings trays einen stein in der innen kurve nicht auf dem schirm. die schulter hat es leider stärker erwischt, so dass erstmal nicht an tray serving zu denken ist. somit startete ich am montag um 6.30 Uhr mit einer cross country runde in die challenge. das positive daran, ich liebe early birds und in den sonnenaufgang zu fahren. wir hatten eine schöne abfahrt durch eine schlucht, die mich sehr an den bohemian border bash in der sächsischen schweiz erinnert hat. den rest der woche habe ich dann mit zwift verbracht. zum einen wegen meiner schulter, aber auch wegen dem winter einbruch. zum wochenabschluss wieder ein early bird am sonntag, so dass ich diese woche fast 13 ein halb stunden auf dem bike hatte. mal schauen wie die nächste woche läuft. bis dann, euer ben. erster tag, beat your screen time. ihr hört es vielleicht im hintergrund, es stürmt wie verrückt. ich habe jetzt zwei stunden ungefähr auf der uhr, 60 kilometer und ich habe keine lust mehr. es ist konstant gegen den wind fahren. es demotiviert. ich glaube, wenn man heute nicht fährt, das wetter die kommende woche soll richtig malat werden, richtig schlecht. von dem her gucke ich, dass ich jetzt noch eine stunde ungefähr auf die uhr kriege. fünf tage gefahren. es läuft soweit ziemlich gut. auch trotz schlechten wetter kann man oder freut man sich tatsächlich danach, wenn man draußen war und trotzdem gefahren ist. und das tut auch ziemlich gut, weniger am handy zu sein. das merkt man schon nach den paar tagen. und jetzt warte ich noch aufs mechsle. und dann gehen wir eine runde los. ich habe es geschafft. die erste woche von the beat your screen time challenge. anfang der woche ist richtig schlecht angefangen mit richtig schlechtes wetter. regen, hagel, schnee und unfassbar viel wind. ich war sehr motiviert und bin trotzdem jeden tag raus gegangen. heute morgen wach geworden. tag 4 war trocken jetzt. aber ich habe gerade meine kette verloren. und am sonntag bin ich mit meinem freund matze fahrradfahren gegangen. wir haben ein mikroabenteuer gemacht mit unseres focus atlas. und wir hatten einen gaskocher dabei und haben dann unterwegs einen kaffee und ein pudding gekocht. geil. der härteste trail norddeutschlands. ich hoffe natürlich auch, dass nächste woche besseres wetter wird, so dass wir viel mehr auf dem rad sitzen können und spaß haben können.